hier komm kann ich hier mit dem kann ich sowieso nicht reden hier mit dir mit dem anderen natürlich doof kann ich helfen natürlich bin ich jetzt am überlegen 45 39 handling fire rate ja ok das ist gut dass das reingeht die benutzt ich glaube nämlich nicht da gehen wir jetzt hin wenn nicht müssen wir halt wieder sachen sammeln so ist es ja und zwar hier 1,4 Junge ah ja gut so bin ich wenigsten richtig ja 1,4 so oft kann ich das aber nicht machen na ich probiere es einfach gibt es hier ein scope oder so nein wer jetzt nämlich stimmt da seh ich ein da seh ich ein da seh ich ein am schlimmsten ist der da oben am mg mit der auch glaube ich kommt der zu mir der kommt jetzt zu mir und der kommt jetzt wirklich sehr nahe zu mir hallo da war er ja als wenn ich jetzt da ein baum oder was soll man näher kommen jetzt verblutet das geht um um 2 1 1 4 1 1 1 2 2 klar. Er hat mir sehr viel da gelassen. Ich glaube nämlich nicht. Dass ich das heil überlebe. Glaube ich nicht. Oder kommen die jetzt nach und nach? Muss ja eigentlich nur um die Ecke kommen. Ja. Geil. Anders. Okay. Warte mal. Okay. Er sieht einen auch. In diesem Busch. Das Ding ist, ich müsste eigentlich nur dahinter kommen. Oh, schön. Hallo? Äh, ja, gut. Probieren wir mal was anderes. Sehen die einen hier oben? Wahrscheinlich ja, ne? Dem juckt es nicht. Wunderbar. Okay. Ja. Wenn wir nur die Einzelnen fischen. Eigentlich. Das ist ja so mein Plan, ne? Ja. 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 Darüber schaffe ich es definitiv nicht. Zu 100% nicht. 100% nicht. Ach du mal wieder. Hallo. Ach Jungs. Ach du Heiliger. War das doch ne gute Idee? War das doch nehmt. Ey ey ey. Das finde ich komisch. Da bin ich eigentlich mit am meisten safe. Was ist das? Ja, 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 das ist alles gut. So? Ja, komm. Wie viel braucht der denn? Drei Tuschonka reinknattern. Schön. Kommt man da so einfach rüber? Vor allen Dingen einfach, ne? Hallo? Stopp. Oh mein Gott. Nein, Schnauze. Okay. Bisschen mit Timing also. Ein wenig mit Timing. Ah, hier sind wir. Was geht, was geht, was geht? Na? Sidorovic? Alles klar bei dir? Ja, ja. Schön, dich zu sehen. Schauen wir uns über Business? Ja, ja. Hallo, Merck. Sag mir, was du hier bringst? Ähm, ja, ein Stalker war halt vor kurzem hier und er hat nach ein paar seltenen Komponenten gesucht. Kannst du dich daran erinnern? Hm, ich sehe so viele Stalker in hier, es ist ein Schmerz, sie alle erinnern. Welche Grund, warum ich mein Gehirn für dich würde? Ähm, vielleicht würde dir eine Hand voll, äh, oder ein Glas voller Erinnerungen, ja? Also, was für die Hilfe? Ja, das war's für die Hilfe. Also, was für die Hilfe? Ja, das war's. Ich bin hier seit ein paar Jahren. Mein Geschäft ist auf und 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 auf. Ich habe ein Problem mit meinem letzten Verlust und der Problem ist, dass der Klient ist sehr wichtig und die Lüte erneut ist und die Lüte erneut ist. Alles war gut. Stalkerinnen bekamen Lüte von der Zonung und die Armeerinnen mussten sichern, dass sie es durch die Kördung der Kördung durchführen konnten. Well, the two parties started pickering over something and now the whole place is gone crazy. The result is the Stalkers are fighting the military and nobody's got a clue where the loot is. And that doesn't suit me at all, cause the order needs to be completed. So, help me get the case with the loot and I tell you all about your Stalker and his components. Deal? Und was genau muss ich jetzt machen? Visit the Stalkers by the embankment. They've set up some sort of base there and that's where they're holding the captive military commander Kalecki. I don't care what you do at that base. I don't care if those fruitcakes want to continue playing Robin Hood's Merry Man. All I want is that case and the loot that's inside it. For starters, try talking to Valerian, the Stalker leader. I'll let them know you're coming on my behalf. Alles klar. Hallo, anyone at home? Hallo? Hey Merck, I'm still waiting on that case. I suggest you keep that in mind. Okay. Ach du Scheiße. Bitte mal schlechter. Was wir hier andrehen wollen, wa? Dip verkaufen. Ja. 5.000 haben wir nun. Ei, 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 ei. Ah, ja. I'm all ears. Ja. I have a job from, I need to drop my Stalker base. Ah, we're just in a real Stalker heaven out there. Thanks. Any work for me? One of my boys can't seem to deal. Aha. He's a Ray. So he's a side-packed dog. I've got some respect. I have a lead. Ja, can we do it. Ehm. Hopper. Ray. Hopper. Okay. Okay. Der hat also diesmal nicht so viel. Ähm. Geht hier? Nicht viel. Das ist, äh, schade. Gut. Dann helfen wir mal dem. Dann helfen wir dem mal. Damit wir bei denen auch ein bisschen... Versteh ich nicht, aber gut. ... ... ... ... Alter, wie soll ich dem helfen, wenn er die ganze Zeit wegrennt? Was soll man denn dazu sagen, ja? Was soll? Gut, machen wir. Ja, ja, chill mal. Alter, wirklich? Wollt ihr mich wirklich dabei haben? Ich habe nämlich das Gefühl. Aha. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, wenn ihr mich abknallt, kann ich ja wohl am wenigsten dafür. Dein Pimmelberger. Das, das. Ja, ne? Suchen wir mal ein bisschen hier. Schön. Ich glaube, damals im ersten Teil lag da hinten immer eine Rüstung. Ich kann ja mal hier reingucken. Hier war im Zoo erschöpft. Oh, schön. Super. So spannendes ist jetzt auch nicht. Da ist vielleicht noch was, aber ansonsten. Ja. So, das. Die Wurst. Ja. Ja. Danke, dass ich jetzt überhaupt hier durch darf, ja? Hier, Keks. Ich höre. Ich höre. Ja, hier. Great. Jetzt endlich darf ich da auch durch, oder was? Profis. Die Schrotflinte ist ja nicht so geil, ne? Hier kann ich wenigstens die Sachen verkaufen. Ich bin alle Ere. Ja. Ich auch. Junge, ich war hier schon gefühlt zwanzig Mal. Wenn ihr mich nicht reinlässt. Hast du etwas, das dich zu fixen braucht? Wenn du nichts anderes brauchst, komm zurück. Das aus. Das aus. Hm. Ne. Ja. Ich komme. Ich komme. Komm zurück später. Ich bekomme einen neuen Schiff. Den scheiß verkaufen wir. Den scheiß verkaufen wir. Darauf habe ich nämlich gar keinen Bock mehr. Ja. Ja. Also wirklich gar keinen. Den scheiß verkaufen wir auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Hallo Marc, wir sehen uns nicht zu viel von euch an der Kordon. Was bringt ihr hier? Ja, Sidorovic hat mich hierher verschleppt, bzw. ich sollte hierher kommen. Dann ging er und sah zwei unserer Leute als Schläge. Das war der letzte Stahl. Okay. Und nun greifen wir das Militär an, oder was? Ja, ich glaube, wir wurden ein bisschen weggebracht. Wir können jetzt nicht herausfinden, was zu tun. Wir behalten den Kommandor an. Das ist eine Art Garantie, dass die Armee nicht unsere Aßen zurück in den Storn-Age mit ihren Choppers schlagen. Wir können ihn nicht töten, aber wir können ihn nicht wegwerfen lassen. Dieser slyer Sonne weiß, dass wir ihn leben brauchen, und er ist nicht in einen verdammten Inch. Das Problem ist, er ist der einzige, der weiß, wo die Lütte geblieben ist. Wenn wir diese Lütte nicht an Sidorovic geben, dann wird er noch nie mit uns zu tun. Wenn wir diesen Armee nur besser machen können und mit unseren Regeln spielen können, dann wäre es ein ganz anderes Ballgame, glaubt mir. Okay, ich probiere halt mal mit dem Kommander zu reden und vielleicht kriege ich ja ein paar Bruchstückchen heraus, wo die Kiste mit dem Loot ist. Also mit dem Zeug halt drinnen. Warte mal, hier. Nee, scroll. Er schaut wohl. Der ist nicht schlecht. Ich habe es leicht für Sie. Sie zeigen mir, wenn Sie ein guter und guter Mann zu werfen und wir sind glücklich. Was ist passiert? Wie sollte ich es Ihnen sagen? Die Stalker und der Armee waren zusammenarbeitet. Sie gaben uns Befugungen, wir gaben ihnen Geld und alle waren glücklich. Einmal gewann uns sagen, wenn ein jetzt neues Anomaly einfluss entsteht. Aber an einem Moment der Kommandor wurde zu grünen für seine eigenen Worte. Er hat sich mit den Banditzen begonnen, und sie haben sie informiert über unsere Bewegungen. Erstmal haben wir die Banditzen nur Glück gehabt, aber dann haben wir sie mit ihren Schäden mit der Armee geschehen. An diesem Punkt haben wir zusammen und entschieden, dass die Zeit für einige Hände zu rollen. Okay. Ja. Wir haben entschieden, dass wir genug von ihrem Schäden hatten und ihn verabschieden haben. Der Rest der Armee-Gunst haben ihre Schäden geschehen. Sie haben uns nicht beschäftigt, seitdem wir ihren Kommandor haben. Also, wir haben uns in einem schönen Ort unter dem Sonnenblatt gelegt. Nichts wird das jetzt verändern. Ihr müsst euch die Vorteile dieser Entwicklungen erheben. Wir haben eine Stalker-Base gelegt und jetzt ist der Kordon in sicherer Hand. Und es wird nur von hier besser werden. Ihr könnt es beten. Ja, also ich freue mich wirklich für euch und ich bin auch nicht wirklich ein Fan vom Militär. Und was sind unsere Pläne für die Zukunft? Ja, mein Freund, wir haben mehr Pläne hier, als Gott Almighty, auf dem ersten Tag der Kreation. Wir müssen uns aufbauen, die Basen zu bauen. Das ist unsere Priorität. Dann müssen wir noch ein paar Leute mehr. Aber sie werden uns selbst kommen. Sie werden sehen. Die Leute wissen, dass wir für eine Just Cause kämpfen. Als wir eine gute Armee haben, wir zeigen die Bandits nicht zu messen mit uns. Wir haben die Bandsche von ihnen schon seit Jahren. Und es gibt keinen Platz für ihre Art in der Zone. Und nachdem? Ich glaube, der Tag wird kommen, wenn wir mehr in die Zone gehen. Wir können sogar den Zentrum erreichen. Der Traum von jedem Stalker hier. Wir haben große Dinge vor uns vor uns. Ich sage dir, Mann! Ich sage dir, Mann! Nachdem wir die Möglichkeit gehen, wenn sie zu wissen. Und nachdem. Du kannst nennen. Schau dir von dir. So, das ist ein Morgen. Ich denke Sie kommen. Ich sage dir, Mann! Dasselbe klar wird. Wohl! Große! Ich sage dir, Mann! Die Dunstan�fene, will ich auch nicht kennen. Also, ja.